Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hi, Klaro. Bis gleich, Kinder. Also nochmal, Rainer singt euch heute das Frühstückslied. Ich freue mich auf ein Frühstück mit dir. Viel Spaß bei Brötchen, Milch, Marmelade und was ihr sonst noch alles so gerne futtert. Ich freue mich auf ein Frühstück mit dir. Das ist für mich ein Stück Glück. Glaub mir, Brötchen zu zweit, Müsli zu dritt und alle, die wollen frühstücken mit. Ich freue mich auf ein Frühstück mit dir. Das ist für mich ein Stück Glück. Glaub mir, wer will Marmelade, Käse, Butter, Wurst, Tiesaft oder Milch oder Wasser gegen Durst? Ich freue mich auf ein Frühstück mit euch. Ich freue mich, ich freue mich auf ein Frühstück mit euch. Ich freue mich, ich freue mich auf ein Frühstück mit dir. Das ist für mich ein Stück Glück. Glaub mir, Brötchen zu zweit, Müsli zu dritt und alle, die wollen frühstücken mit. Will dir was erzählen, erzähl dir dies und das. Du spinnst deine Ohren, erzählst mir wie und was. Ich freue mich auf ein Frühstück mit euch. Ich freue mich, ich freue mich auf ein Frühstück mit euch. Ich freue mich, ich freue mich auf ein Frühstück mit euch. Ich freue mich, ich freue mich auf ein Frühstück mit euch. Ich freue mich, ich freue mich auf ein Frühstück mit dir. Das ist für mich ein Stück Glück. Glaub mir, mittags und am Abend ist der Tisch gedeckt. Und wir teilen gerne, weil es lecker schmeckt. Ich freue mich, ich freue mich auf ein Frühstück mit euch. Ich freu mich, ich freu mich auf ein Frühstück mit euch. Ich glaube es kaum Träume schön, Träume schön Er weht zu dir und wünscht dir eine gute Nacht Er wacht bei dir, bis die Morgensonne wieder lacht Träume schön, Träume schön, Träume schön Träume schön Träume schön Gute Nacht 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 Untertitelung des ZDF, 2020